Okay Leute, geht weiter! Wir sind hier bei Ranul! Verschwindet! Der Meister ist nicht da! Schon wieder nicht! Meister Luna ist nach Tas... Sneaker! Ach, das ist die Stadt, ah! Das Land ist westlich von hier! Land nennen die da! Das ist so'n scheiß verfickten... Schloss am Wasser! Ja! Also, dass man immer diesen verfickten Berg hochlaufen muss! Ja! Das ist mir unverstellbar, was die Entwickler dabei gedacht haben! Ja, um stärker zu werden! Das ist so, als ob du den Quintenturm ganz weit hochkackst werden müsstest! Ja, richtig! Dann guck mal, das ist irgendwo im Westen! Am Wasser! Da... Da ist es doch! Da war's schon! Echt? Da ist das Land! Das ist das? Ja, da vorne! Da muss ich landen! Ja, auf dem Landeplatz für Drachen! Oh! Siehste! Hallo! Die sind so drachenfreundlich! Wie ist die Festung von Tosnyk? Schön hier! Ja, die haben ne schöne Festung! Oh! Victor! Hey, du bist hier! Du hier! Ich hab dich kaum erkannt! Was ist hier los? Nun, ein Spion des Imperiums im Schloss! Der König ist in Gefahr! Was? Ich geh doch mal! Ich geh doch mal! Hier können wir einkaufen! Lass uns mal eben die Seitenräume hier so durchrunden! Oh! Hier war ich noch nie! Sehr verwinkelt hier alles! Ja, ja! Hier wartet unser Freund Bert! Warte mal! Kannst du unten durch? Stimmt! Irgendwo war... Ah, da! Genau! Irgendwo kann man hier hoch? Aber der ist noch nicht da! Ja, hier ist so ein Typ dann, oder? So ein... Ja! Der kommt gleich dann erst... Okay, dann gehen wir hier gleich hin! Ja, dann machen wir erst mal... Warte mal, was ist denn hier? Der ist dumm! Es sieht so aus, als wir auch hier zum König kommen! Ja... Wahrscheinlich! Was ist das denn? Warum ist der König denn so komplizierend? Sprech du denn! Wer seid ihr? Wachen! Hier sind die Spione! Hm! Nein, das ist ein... Äh, Klappe! Äh, dann hat der König! Ja, in vorne, halt! Äh, das ist ja König! Mist! Als König hätte ich dieses Reich ohne Probleme zerstören können! Aber na gut! Es geht auch anders! Ach, und wie? Warte! Du wirst für mich den König beseitigen! Glaube ich nicht! Wer ist das? Ninja! Ninja?! Oh, ist der Lame! Äh, Black Ninja! Ja! ot warm! Diese Blut! Greifle! Aha! Hat ja jeder drauf! Gut, äh! Wie? Hat ja jeder drauf! Ehhid? Ja... Ja, wir sind ja auch gestört! Rund das anche! Wie? 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 Komm her, du! Oh fuck, ey! Ich mach dich block, du! Immer Eisklinge! Immer Eisklinge! Wow! Was war das denn, ey? Hi, König! Oh, wir sollen mal Eistet aufwachen! Oh, wo bin ich? Was ist geschehen? Oh man, ey! Gut gemacht! Wie konnte das nur geschehen? Ohne dich wären wir alle verloren gewesen! Du bist wirklich ein Held! Darf ich dir das geben? In Ordnung! Geil! Und jetzt? Blablabla! Oh ja, okay! Und du? Hast du noch mal irgendwas? Du hast viel gelernt in letzter Zeit! Doch die größte Blume steht dir noch bevor! Ja! Die Empfehlung scheint kurz vor zu sein, die Mana-Festung zu reaktivieren! Ich werde versuchen, das aufzuhalten! Besuch jetzt den Seher Lunar! Er wird dich warm! Oh Gott, ey! Nur wegen so ner Kacke sind wir jetzt hier hingefallst! Ja! Als ob die Ninja nicht mit dem ganzen Königreich platt machen hätten können! Das is es, ey! Das is es! Telefon! Telefon! Klingt nicht aus! Das ist nicht für mich! Das ist nicht mein Zufall! Ey! Ich will kurz hier links gucken! Ja! Ich halte eben den Hörer hier zu! Ich halte eben den Hörer hier zu! Hier ist ja gar nichts! Ja! Ja! Jetzt müssen wir jetzt kommen hin zu diesem geheimen Händler! Was sind hier links? Ja! Da oben ist irgendwas! Ja! Lass mal gucken! Naja! Wenn wir es schon wieder in so nem K gate sind würd ich mir auch was anschauen! Naja! Ist auch richtig! Gibt's Orbs, ey! Das kann sein, ey! Hülle und Fülle! 3000 Orbs! Such dir was aus! Ne? Hey Oma? Ah, jetzt sind wir hier oder was? Vielämmels, unser K peterspöss! Da müssen wir jetzt wieder nachdenken. Ja, richtig. Ah, guck mal, da oben hätte man gar nicht durchgehen können. Woh, aber Victor ist da hochgegangen. Blass. Hey, Victor ist allmächtig. Ja, anscheinend. Der geht aber durch Wände. Ich frag mich auch... Da ist er! Da ist er! Damals hab ich mich immer gefragt, wie man da hinkommt. Ja... Zack. Irgendwie gibt's immer einen Weg. Gib mir auch. Wie konnte ich hölzen? Oh! Oh! Ey, geil, ey! Kaufen! Ist das besser als die? Oh, 100 Pro, ey! Kaufen! Dreimal, ey! Darf wir so viel Kohle haben? Richtig! So... Helm oder Rachtwing erstmal? Ne, erstmal Helme. Links? Drachenhem! Drachenhem! Das ist zweimal verdient und einmal... So ein geiler Helm, ja? Mit so einer Endkappe ist besser, ey, ist klar. Anton! So... Das zeigen wir uns aber noch im Video, weil das Video sowieso nicht wirklich gefüllt ist. Genau! So... 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 Ich hab mich ja echt gewundert! Das kannst du schon fahren. Wow! Boah! Siehst du, das kommt davon, weil wir in einer Goldinsinn nicht einkauft haben. Richtig! Ja, richtig! Na... Macht das vielleicht bei ihr auch noch? Ja, ja. Dann verkaufen wir, dann kriegen wir noch einen Helm für... Deke und vielleicht kriegen wir noch ein Armband. Boah! Da kriegen wir noch ein Zauber und mal mehr! wir kriegen alles mach du dann eben deins und dann verkaufen geil ja endlich so das war schon verkauf mal dann verkauf gleich auch die armbänder ja ich verkauf gleich alle ich verkauf gleich noch drei armbänder dann sind wir schon komplett ausgelöst das reicht dann erstmal für die nächsten guck mal die geben allein 7.000 und einen haben wir ja noch gefunden stimmt in der Tour ja guck da hat jeder ein armband ich hab auch noch meinen Helm ja und alles verkaufen hier dämpfen dir den und der da den Hoodie den Hut so verkaufen ähm das bin ich das hier Feuering und den Helm und den Helm dahinten boah da nehmen wir echt alles ey voll gut ja und haben sogar noch 5.000 übrig ja wenn wir noch Honig kaufen ja echt machen wir gleich noch wir wussten uns auch eben aus mit den anderen Zeugen ja die sind viel wie euch ja ähm ja sie noch ja geil ey geil ja das armband ne zack guck guck wie teuer es ist kauf 1500 oder hundert ey hundert wann ja so ein billig kram hä so ein billig kram ja gibt aber gut gut leben wieder ja auf jeden fall dafür kann man auch nur viel davon tragen ja so ok jetzt lang alles andere haben wir oder ja ja noch etwas nöö 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 ey geil sonst sind wir auf den Berg noch um das nehmen wir auch mit auf weil dann wir sein zu kurz ist ich bin schon gemeine jah das muss sein ja manchmal da auch mal zu sehen wie das so ist zack zack was wir alles machen immer damit das alles so cool ist W- Geil! Wir müssen doch nicht auf dem Luft landen, oder? Gut, ey! Dass wir uns immer im Vorbeifuck auch erwischt, der... Aber du musst nach... Osten, ja. Ich sage schon. Da haben wir doch! So! Sack! Keine Monster mehr. Keine Monster mehr, dachte ich. Doch, doch, die jetzt immer. Die können uns gar nichts mehr. Gut, ey, dass wir jetzt erst eingekauft haben. Ach ja, dieser Berg. Ja, das letzte Mal! Ja. Oh, schau, was Safi wieder da ist. Ja, echt, ey. Ich werde dich schon mal erwarten. Ich erbarme mich. Erbarme dich, unser. Peitsche. Boah, mächtig. Boah, voll gegeben. Aus dem Nichts, ey. Die hat nichts Böses geahnt, so. Und dann auf einmal... Durch den Gras geht schon, ey. Und schon, zack. Der da oben auch. Boah, der ist ausgewichtigt. Der ist Clou. Doch nicht. Keine Chance. Aber er hat sich wieder sehr generisiert in seinem Ei. Er hat sich wieder zusammengebaut. Mit Uhu-Kleber. Ja, richtig. Geh, du, du, du... De-de! Zeig dir die ganze Schalen gesucht, ey. Geht es los!? Wo, du, du, du... Wo типа dafür sieht man irgendwas? Ein Fluss? Kann noch ahnung was das für einer ist? Den Niel. Ja, den Niel... ...und die Knospen. Was ist das? Der Weg zu Lola führt an mir vorbei, Ranul und sein Diener. Annamen vor, das ist... Der Meister spricht in der Sprache der Götter, soll ich übersetzen? So lasst euch prüfen, ob ihr auch den Mut besitzt, gegen das Licht anzutreten. Das hat er jetzt in drei Sätze bewertern gesagt. Okay, na dann für... So, und jetzt machen wir Schnitt und dann geht's beim nächsten Mal hier durch diese Kackhöhle. Ja.